Ich bin gerade zurückgekommen aus Frankreich und ich habe dort Milane fotografiert. Wir waren in Cannes in einer mega heftigen Villa, doch ein Spot, der hat es mir ganz besonders angetan, denn es war eine runde Tür und ich habe das Boardel da drin positioniert. Warum? Wenn sie weiter drin steht, fällt das Licht nur frontal auf sie ein, das heißt man hat kein Seitenlicht, du hast direkt eine super Selektion vom Hintergrund zum Vordergrund und jedes Gesicht sieht einfach mega gut aus, wenn nur von vorn Licht einfällt. Denn so sieht man keine Falten oder Pickel und man sieht einfach immer perfekt aus. Heidi Klum nutzt diesen Trick übrigens auch.